Wie wäre es, wenn du einen hochwertigen Internetauftritt hättest, um qualifizierte Mitarbeiter und bessere Aufträge zu erhalten, ohne dabei an der Konkurrenz zu scheitern oder das Tagesgeschäft zu vernachlässigen? In dieser Fallstudie zeige ich dir, wie ein Elektrounternehmer es geschafft hat, in kürzester Zeit mehr Ansehen durch einen hochwertigen Internetauftritt zu erreichen. Achtung! Hier gibt es keinen versteckten Verkauf. Du bist auf der Suche nach einer Lösung deines Problems und erhältst hier kostenlosen Mehrwert. Mein Name ist Rumi Müller und in den letzten drei Jahren habe ich einigen Firmen dabei geholfen, einen hochwertigen Internetauftritt zu erreichen, ohne dass sie dabei an der Konkurrenz gescheitert sind oder das Tagesgeschäft vernachlässigt haben. Du kennst das bestimmt. Du möchtest eigentlich einen hochwertigen und konkurrenzfähigen Webauftritt, hast aber das Problem, dass dir die Zeit und das Wissen für die eigene Umsetzung fehlen. Du würdest dich eigentlich viel lieber um dein Kerngeschäft kümmern, musst aber stattdessen lästige Büroarbeit oder Werbung machen, damit du bessere Kunden generierst oder mehr Mitarbeiter findest. Du würdest dir auch viel eher wünschen, dass jemand diese Arbeit für dich abnimmt und du dich nicht damit herumquellen musst. Genau mit diesem Problem kam ein Elektrounternehmen zu uns. Die Firma ist ein familiengeführtes Unternehmen und ihre größte Herausforderung war, dass es noch keinen hochwertigen Internetauftritt gab. Dies führte dazu, dass potenzielle Kunden sie nicht als seriös genug angesehen haben. Sie hatten das Gefühl, dass ihnen dadurch große Aufträge entgehen können und sie als professionelles Unternehmen nicht wahrgenommen werden. Wir schlugen ihnen vor, unsere Beratung in Anspruch zu nehmen. Das zu erwartende Ergebnis war, dass wir einen hochwertigen Webauftritt realisiert haben. Die Vorteile dieser Umsetzung liegen klar auf der Hand. Hochwertige Kunden, qualifizierte Mitarbeiter finden und konkurrenzfähig sein. Nun hat das Elektrounternehmen endlich das Gefühl, dass sie sehr gut aufgestellt in ein Kundengespräch gehen können und ihre Qualität in der Online-Präsenz wieder gespiegelt wird. Und das Ganze funktioniert auch, wenn du keine Zeit hast, nicht das Gefühl hast, kreativ zu sein oder du derzeit nicht das beste Foto- oder Videomaterial zur Verfügung hast. Als erstes schauen wir dein Ziel an und besprechen deine Wünsche im Detail. Zudem möchten wir mehr über dein Angebot erfahren, damit wir die Homepage kundengerecht aufbauen können. Dann erstellen wir dir zwei bis drei Vorschläge für die Farben und den Aufbau der Website, welche dein Unternehmen, dich und dein Angebot widerspiegeln. Diese besprechen wir dann gemeinsam und schauen, welches am besten passt. Anschließend werden wir das Grundgerüst deiner Website erstellen und die Website so aufbauen, dass die Kunden sich einfach zurechtfinden, alles übersichtlich präsentiert ist und eine unkomplizierte Kontaktaufnahme möglich ist. Es gibt dir tolle Möglichkeiten und wir werden immer wieder die Zwischenschritte gemeinsam besprechen. Stell dir vor, wie es wäre, selbst einmal dein Unternehmen mit einer tollen Website zu präsentieren. Du hättest einen hochwertigen Internetauftritt, mit dem Vorteil, bessere Kunden zu gewinnen und qualifiziertere Mitarbeiter zu bekommen. Du müsstest dich nicht mehr hinter deiner Homepage verstecken, sondern hättest einen konkurrenzfähigen Webauftritt. Während diesem Beratungsgespräch werden wir gemeinsam daran arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem wir einen hochwertigen Internetauftritt umsetzen. Und das vollkommen kostenlos. Du bist Handwerker und möchtest einen hochwertigen Internetauftritt? Du bist zielstrebig, proaktiv und entscheidungsfreudig? Dann ist das hier das Richtige für dich. Wenn du nur davon träumst, wie es wäre, einen hochwertigen Webauftritt zu haben oder dich nur informieren möchtest, dann ist das hier nichts für dich. Wir bieten das dir an, weil wir es lieben, etwas zurückzugeben und Handwerkern dabei zu helfen, ihre Ziele und das Widerspiegeln ihrer Arbeit online zu erreichen. Außerdem weiß ich, dass du wahrscheinlich daran interessiert bist, das volle Potenzial deines Internetauftritts zu entfalten. Und falls das so ist und wir uns gut verstehen, dann können wir uns gerne darüber unterhalten, langfristig zusammenzuarbeiten. Falls nicht, dann ist das auch okay. Wichtig ist nur, du musst jetzt handeln. Unser Tag hat auch nur 24 Stunden. Das heißt, unsere freien Beratungsgespräche werden schnell voll sein. Klicke also jetzt auf den Button. Fülle dazu unser Bewerbungsformular aus, damit wir wissen, wie wir dir konkret helfen können. Wir melden uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden bei dir.